Mario Kart 8 Mario Kart 8 So, da sind wir bei Mario Kart 8. Das geht leider mit dem letzten Cup. Und...oh, wir haben Black Eto freigeschaltet. Soll ich den mal nehmen, kurz so ausprobieren? Ich probier ihn mal aus. Der Meister probiert natürlich nie irgendwelche Charaktere aus. Und ein neues Teil. Das Hyperbike. Sieht gut aus. Schauen wir erstmal. Ich nehme wahrscheinlich erstmal... Hä? Ne, ich nehme das, glaube ich. Peer Eskaliere ist immer noch das Beste, oder? Und bei dir ist es trotzdem... Ne, ich nehme nicht das. Ich nehme wieder... Ich vertraue auf... Baby Rosalina. Du kannst nehmen mal Baby Daisy. Okay, muss nicht. Ich glaube... Ich will das mal ausprobieren. Warte mal, ich schau mal wie gut es ist. Das hier, ne? Vergleich zur PSK Leere... Ist es aber schlechter. Oder? Oder? Ne, es hat ein bisschen mehr Haftung, aber dafür weniger Handling. Die... Dieses Hyperbike. Ich probier es mal aus. Kannst du machen. Ich nicht. So. Extra schön weg, schnell weggeklickt. Mit Pausa sich... Pa... Pausa... Pausa... Haha. Sich nicht... Hahaha. Pausa. Damit Pausa sich nicht... Ähm... ...zmeuern kann. So wie... So wie... Ähm... Hier. Robert... Ist von WS, ne? Ja. Steht doch da. Ist wie Robert... Robert Wotzki. Guck mal, das klingelt sogar. Ey, war das auch schon bei WS auch? Ne, ich glaub nicht. Fuck. Klingel, klingel, klingel. Ah! Manche werden von allen mehr Weckgetränken nicht so leicht nehmen. Tja... Nicht mein Problem. Oh! Der ist Peniel. Oh! Oh! So, 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 so. So, ich hab schon sechs Münzen? Ich hab neun Münzen. Wow! Das war knapp. Fast gegen das Pendel gefahren hier. Ach guck mal, du bist ja der... Du bist ja der Penner da vorne. Mhm. Nö. Ich hab's kaputt geschossen. Ach so. Damit ich dich jetzt ganz zergersten kann. Die Musik ist auch noch fast die gleiche. Oder ist die gleiche, je nachdem. Wow! Ja, die Musik ist cool. Ah, hey, immer noch die gleichen Sahnräder. Was ist das? Ich dachte immer, das wären irgendwie solche... Von so einem Panzer die Räder. Ja, ne? Ja, das sah so aus. Ja, das sah so aus. Du, 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 du. Na, bist du auch mein erster. Freust du dich jetzt? Jo, bis jetzt schon. Und wenn du gleich nicht mehr erster bist, freust du dich dann immer noch. War da ne Kamera? Ne, ist ne Pflichte. Solange ich jetzt, sagen ich nicht dritter bin, ist es okay. Kannst du weiter. Wie lange ist die Zeit schon. Oh, ich hab doch auch ein Atem eingesammelt. Ich hab ne Abkürzung genommen eben. Wirklich, du aber... Boah! Ich hab wieder 10 Höhe. Ja. Ja. Toll. Wer ist da drin? Für dich? Ja. Für dich für mich. Boah! Ja! Alter, dagegen geworfen ist er auf die Raus runtergefallen. Ja, genau! Das war richtig Glück. Beziehungsweise weg. Macht das auch immer so, dass du hier ganz lang fliegst? Boah! Boah! Das war knapp. Boah! Das war wieder knapp. Oh! Fuck! Nein! Ich hab meinen Atem weggeworfen. Wo? Wo bist du? Du bist da vorne nun? Nein! Boah! Bist du halt weg, Alter! Dann fall's nochmal ab. Fertig! Ja! Na, ist doch gut. Er ist und Zweiter. Ja, okay. Sag ich. Ja. Einer muss Zweiter sein. Ja! Es geht hauptsächlich darum, einen guten Rang zu kriegen, ne? Insgesamt. Beim Cup. Oh! Drei-Diskorren-Raserei. Ja, die kenn ich auch ein bisschen aus dem Let's Play-Stricke. Aber nur ein ganz bisschen. Aber guck mal! So können wir das nicht. Das ist quasi die Kanalisation. Mhm. Bist du ja auch nochmal gefahren? Ich bin ja alle 3D-Stricke schon gefahren. Ja. Ich dachte, du hast nur irgendwie ganz kurz gespielt so. Oh! Oh, ich kenne dich. Ich schreck dir aber total schlecht. Okay. Was ist denn das? Bist du das? Sag mal, spinnst du eigentlich? Spinnst du? Oh! Ja, das ist auch ein 3D-Stricke. Das ist genau so. Ich weiß nicht, was ich daran erinnern. Ich hab dir aber wirklich nur einmal kurz gesehen, die Strecke. Und jetzt muss ich sofort selber fahren. Das ist ja total schwer hier. Wow! Keine Seite. Viele Giraffe. Viele Giraffe. Oh! 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 Wow! Was? Das ist Pupcomome. What the fuck? Er hat sich nicht getroffen. Äh, mich nicht getroffen. Ja leider! Schon gesehen, ne? Ja! Ich hab auch kein Mitch mehr für jetzt. Sehr gut! Ja, mich wollen auch, wenn man sich nicht getroffen hat. Mit Absicht. Jetzt ist er mit Absicht. Ach, das bremst ab. Okay. Guck mal, jetzt hat er zu viel vom Gas gegangen, Mann. Richtig scheiße. Tja. Oh. Das soll deine eigene V-Fermin mitbringen. Ja. Nee, ich glaube nicht, dass es in der V-Fermin liegt. Mann. Schon wieder. Oh nein. Aber in einem, ja. Ich krieg noch eins. Bam. Eine Münze, ja. Das ist okay. Oh, guck mal, da war's. Hä? Och, wieso bin ich runtergefallen, Mann? Was ist hier? Pause, Alter. Ey, wie kannst du denn so? Ja, noch immer erwischt, Alter. Was ist immer da zu schütteln? Ja, und grünt sich keinen, Alter. Oh. 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 Oh, oh. Hey, was soll das denn? Sag mal, hast du das mit Absicht gerade gemacht? Nee, weißt du? Nee, weißt du? Wieso? Wieso? Nein. Ich bin... Nein. Das kann doch nicht wahr sein. Was ist denn passiert? Ich bin runtergefallen, jetzt bin ich Fünfter. Das ist so richtig übertrieben. Ich mag halt... Ja, halt an, oder was? Hä? Alter, das regt mich gerade richtig auf. Boah. Bei der Kurve muss man immer kurz keinen Gas mehr geben. Fahr, Mann. Wie ist das denn hier stehen geblieben? Drückst du auch nicht richtig? Natürlich, ich drückst die ganze Zeit richtig dolle eigentlich. Fuck, Alter. Jetzt bin ich nur Sechster geworden. Natürlich. Eigentlich bin ich wieder vom Ziel, da holt er mich. Junge, das regt mich auf. Alter. Kann doch nicht wahr sein. Richtig behindert. Boah, ich stinke. Ii. Ja. Oh, und? Wii-Vulkan rollen. Oh, Alter. Es wurde aber richtig... Ob es da diese Abkitzung auch gibt, wo man so ganz... Ja, bestimmt nicht. Es wurde sogar auf der Wii gefixt, ne? Ja. Ich glaube, dann ist es hier nicht gefixt, ne? Das ist voll komisch, was dein Bike da. Wo hast du das eigentlich genommen, hä? Du Penner. Ich hab mich so ausprobieren wollte. Wo hast du es genommen? Du Penner. Alter, aber das sieht noch geiler aus, als auf der Wii schon. Ich geh auf der Wii, das ist nicht so unglaublich betreuer aus. Oh, nice. Es wäre cool, wenn sie alle Strecken quasi nochmal von der Wii geremaked hätten. Ja. Das wäre cool gewesen. Das hätte ich auch okay gefunden. Weil ich die Wii-Strecken ja so gut kann. Ja. Boah. Wenn es einfach nur alle Wii-Strecken besser gewesen wäre. Wie? Was wäre damit besser gewesen, hä? Wenn es einfach alle Wii-Strecken nochmal gewesen wäre. Ja, aber natürlich mit den neuen Funktionen und so. Ja, klar. Aber ich wäre ja eigentlich echt langweilig gewesen. Ja, aber wenn sie quasi als Retro-Cups nur die Wii-Strecken genommen hätten. Das hätte ich okay gefunden. Ja, aber da gibt es ja viel mehr Wii-Strecken, als es Retro-Strecken gibt. Hä? Die Wii-Strecken sind die Retro-Strecken. Ja, aber ich meine, es gibt ja auch acht Cups. Ja, vier Cups. Ja, vier Retro-Cups, aber es gibt acht Wii-Cups. Ja. Eben. Du meinst vier Nitro-Cups. Nitro-Cups sind die neun. Ja. Und wenn dann da noch vier Cups dazukommen und da sollen acht Cups dann verpackt rein, dann geht das nicht. Nein. Es gibt vier Nitro-Cups, wo die neun Strecken vom Mario Kart 8 drin sind. Ja, und dann die alten vier Cups und vier Cups alte. Und das sollen aus acht Cups vom Mario Kart Wii sein. Achso, nein, natürlich nur vier. Nicht alle. Ja. Außerdem gibt es doch bei Mark hat wie nur vier Cups neue Strecken. Die alten war ja auch wieder Remake. So, ja, okay. Oh, hab ich dich nicht erwischt? Nein. Ich wollte dich gerade schon freuen. Aber ganz knapp. Oh, hab ich reingefangen. Guck mal. Dann drück ich immer noch Z. Ey, du bist ja vor mich gefangen. Das gefällt mir aber gar nicht. Ja. Und ich sag, das gefällt mir gar nicht. Und wenn mir etwas gar nicht gefällt, dann mach ich das absurd. Ja, du bist so krass. Ja, aber knapp, ne? Doch, es war richtig knapp, Alter. So knapp, ein Millimeter. Fuck, Junge. Das ist doch richtig unfair, Mann. Fade, wo hat der? Als wäre ich nicht schon schlechter als du, ey. Hast du das nicht bekommen? Nein, ich hab das noch nie in diesem... ...bekommen, ey. Und lass dich mal erster werden. Mann. Jetzt hättest du schon wieder vom Gas gegangen. Mann, das ist richtig scheiße. Ja. Lol. Da hast du die Super 8 bekommen. Da setzt du alles sofort ein. Ja, das ist doch... Ja, das ist doch... Lol, weil es Zweiter geht... Nein. Nein! Das kann doch nicht wahr sein. Das ist sowieso Zweiter geworden. Trotzdem. Hallo, ich hab einen roten Panzer auf dich gefeuert. Hast du dich nicht getroffen, oder was? Nee, ich glaub, da war ich schon im Ziel, oder so. Oh, nee, ey. Dann erwischt mich natürlich noch der erste Panzer kurz vorm Ziel, ey. Das regt mich grad richtig auf. Aber der hat dich nicht ganz getroffen, oder? Nee. N64 Regenbogenbulbar, ja, noch ein Regenbogenbulbar. Aber, Alter, guck mal, wie es aussieht, hast du gesehen? Ja. Geil. Zwei Regenbogenbulbar ist einfach. Geht's auch nicht oft. Soweit ich weiß. Nein, ich hab's auch nicht losgelassen. Ach, ich dachte, das wäre doch nicht. Nee, ich bin noch Zweiter. Ja, ich hab das ja auch gefeuert. Ja, das stand ja bei mir auch. Oh. Hä, ist das das gleiche wie von der Wien? Nein. Hä, das ist ja komplett anders. Aber dieser Anfang da. Kann sein. Ist halt Zufall. Da steht zwar N64, aber er ist von der Wii. Ja, ich mein, von der N64 hat sie zweimal gesehen. Kann doch sein. Nein, die gibt's überhaupt nicht bei der Wii. Bei der Wii gibt's nur einmal. Entschuldigung, dass ich mich mal irre. Ja, ich dachte, du könntest dich ein bisschen ausfangen. Nee. Mann, warum bist du jetzt Erster, Alter? Das gefällt mir überhaupt nicht. Lass mich, bin mir das doch mal. Gefällt mir trotzdem nicht. Oh, der Black hat eine Nendoshi-Explosion. Öh. Sag mal, spinnt ihr oder so? So, ihr beide kriegt das jetzt. BAM! Aha, ich hab Bowser getroffen. Guck mal, wie der schon wieder von Gas runtergegangen ist. Meine Fresse. Vielleicht sind die Batterien leer. Und dann eine Bowser-Explosion. Und dann eine Bowser-Explosion. Ja, schon wieder. Ein Bowser-Feuerwerk. Also da. Das sind wie bei 3D-Würgen, ne, ungefähr? Ja. Fast. Oh, Mann. Alter, fuck, Mann. Hey, wer ist denn jetzt vor mir? Nein. Ich hab' mich auch runtergefallen. Wer ist vor mir? Da. Der da. Nein! Oh nein, ich bin 5. Wirklich, oder? Das ist jetzt schon zu Ende. Ich bin 5. Ach, nee. Wendy, Alter. So hässlich. Immer noch erster. Nein! Nein, 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 nein. So, und dann wäre der Part da schon wieder 16 Minuten, Mann. Ich hasse Wendy. Ja, Wendy. Also nicht jemand, der wirklich Wendy heißt, sondern die sind die Figur. Schau mal. Die Highlights. Warte mal, hier bin ich. Äh. Das sag ich dazu, Mann. Nein. Wolkengleiter, Alter. Puh, mal Zeit über. So sehen. Erster, erster, erster. Futscher. Hä, also zählt das doch nur für mich, oder was? Ja, wahrscheinlich. Oder ich? Weiß es nicht. Ja, ja doch. Wie so aus. Oder nur für den ersten oder für den besseren? Ja, für den besseren. Oder für Spieler 1? Ja, nee, für den besseren. Oh, okay. Öh. Ich will das aussehen. Ich finde es cool aus. Ja, finde ich auch. Das ist ein neuer Charakter freigeschautet. Das 400 Münzen gesammelt. Ein neues Fahrzeugteil ist unverfügbar. Q. Ne? Oh. Oh, es sieht aus, als wäre das ein Video. Ja. Weil die Grafik gerade so ein bisschen schlecht aussah. Ja, stimmt. Ja, okay. Da haben wir schon die Credits. Das ging ja schnell. Für uns zumindest. Ja, also das Spiel fand ich gut. Das Letz-Bad ist hiermit beendet. Wirklich? Nein. Nein, schade. Hä? Ja. Aber so ein geiles Spiel einfach nur so 16 Parts, ne? Ja. Ich bin nicht noch online-warte, oder was? Doch. Aber ich meine, genau. Ihr könnt jetzt mal in die Comments schreiben, ob ihr die anderen Cups auch noch sehen wollt. Also 150ccm und 150ccm und vielleicht gibt es ja sogar einen Spiegelmodus. Ja, sicherlich. Oder ob wir es offscreen machen sollen. Ja, okay. Was? Ja, okay. Ja, das interessiert es ja nicht, ob wir es offscreen machen oder nicht, oder? Hä? Wieso? Das ist doch gerade die Frage. Dann zeigen, oder wie? Also offscreen machen und dann zeigen, was wir machen. Nein, offscreen nicht aufnehmen. Ja, aber das nützt denen ja doch nichts. Das war doch gerade die Frage, ob denen das egal ist, dass wir das ohne Aufnehmen machen, oder ob denen das nicht egal ist. Ach so, ja, okay. Das hast du doch selber gefragt. Nein, weil. Ich meinte das so, entweder, ob wir es, ähm, gar nicht spielen, die anderen Cups, oder ob wir die online spielen. Ach so, doch, natürlich. Ja, okay. Online. Also, mit Aufnehmen. Nee, gar nicht, auf jeden Fall nicht. Wenn, dann mache ich es halt alleine. Auf jeden Fall auch coole Optionen, dass man den Konfett zu zweit spielen kann. Ja, das ging bei Wii ja nicht, ne? Nee, ich glaube nicht. Nee, da können wir mal Wettkampf und Versus machen. Wir hatten ja erst vermutet, dass es nicht geht, quasi, dass man es zu zweit machen kann, aber dann ging doch. Das hat sich natürlich schon mal gefreut. Ja, das fand ich so gut, weil da kann ich jetzt mittrainieren, quasi für den Online-Modus. Ja. Das haben wir quasi jetzt erst an den Online-Modus aufzunehmen. Aufzunehmen, bei euch kommt jetzt danach der, quasi letzte Part, den wir in dieser Session aufnehmen, in den Online-Modus. Mhm. Also, wahrscheinlich. Wir machen jetzt erstmal eine Aufnahmepause, kleine, weil es hier auch ziemlich heiß ist. Ihr wisst ja, draußen 30 Grad und so. Ich weiß jetzt gar nicht, ob es 30 Grad ist, aber egal. Und das Ablohnen wird wahrscheinlich ewig dauern, weil es 1080p einfach ist und halt diese super Farbenpracht habe ich jetzt eingestellt. Weißt du, was ich da machen musste, um damit, vorher war das ja die Farben so schlecht, so verwaschen. Und da weißt du, was da eingeschaltet war? Hier, schnelles Rendern mit irgendwie Hardwarebeschleunigung durch Rändern, quasi. Verstehst du? Ja. Also, das ist schneller. Da war ein Häkchen drin. Das habe ich rausgemacht. Und jetzt dauert es irgendwie fast doppelt so lange oder so. Aber dafür ist es fast Originalqualität. Ah, ist doch gut. Aber das Upload dauert wirklich lange. Das dauert bestimmt jetzt wirklich lange, aber naja. Ist halt so. Deswegen sind die Parts auch nicht so lange. Aber es ist ja besser, wenn nicht so viele Parts kommen. Also, wenn quasi weniger Parts kommen, aber dafür bessere Parts. Ne? Finde ich. Guck mal, Bandai Namco Games. Hat das gemacht anscheinend. So auch. Also, das Spiel ist natürlich von Nintendo. Das haben wir nicht gemacht, sondern es ist von Nintendo. Ach nein, stimmt. Das haben wir auch hier produziert, ne? Nein. Ich habe... Ich habe... Ich habe... Ich habe das nie gesehen. Ich habe es nur im Hintergrund so piep, piep, piep. Ich habe einmal den benutzt. Heute in dieser Aufnahmesession. Ein einziges Mal. Das ist eigentlich zu müssen, dass ich die, ja okay, jetzt dieses 8e Item hatte. Die fantastischen 8 oder wie die heißen. Da habe ich einfach alles abgefeuert, aber es war auch kurz vorm Ziel, die ich machen soll. Super 8. Oder? Müssen wir mal mit einer Anleitung gucken. Okay. Bestimmt dritten. Also, dann im nächsten Part, äh, kommt wahrscheinlich der letzte Online-Part, ne? Na, für diese Online-Session. Ja. Danach kommt wahrscheinlich noch mehr online oder werden wir dann sehen, was wir dann machen. Das könnt ihr ja mitentscheiden. Oder ist eigentlich ein bisschen... Egal. Also, dann bis zum nächsten Part. Tschüss.